Endlich! Der Triumph ist mein! Sieg! 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 Nein, wie schön das ist! Röst dich zusammen! Keine Tränen! Nein, noch nicht! Da wartet Arbeit auf dich! Nach so langer Zeit! Weißt du, was diese Bärte wirken? Ist dir denn klar, was das bedeutet? Wir sind wirklich unbesiegbar! Männer wie wir sind ein verbunden Stammfrau. Männer wie wir sind ein verbunden Stammfrau. Das höre ich gern, denn heute wird das absolut unbesiegbare Team vom Abfalleimer deinen Panzer knacken! Das glaubst auch nur du! Ich hab nämlich einen Champion Spongebob! Zeig's ihm! Welche Anteile? Von meinem Schatz bekommt der überhaupt nichts! Wir haben ihn zusammengefunden, also verdienen wir auch unseren Anteil! Aber ich bin hier der Käpt'n! Und ich sage, der Schatz gehört mir! Was ist mit der Loyalität? Alle für einen! Und einer für alle! Ist jetzt alles völlig klar, Mr. Krabs? Wirklich? Ja, mir ist endlich klar, dass ich's nicht kann! Ich kann's nicht, Mr. Krabs! Ich bin ein Versager! Sag doch sowas nicht! Kapierst du das denn nicht, du kolossaler Geizkrank? So, viele wollten Zweite Liga und dazu gibt's jetzt eine gute und schlechte Nachricht. Die gute ist, es gibt jetzt Zweite Liga, ich plane das auch regelmäßiger zu machen. Die schlechte ist, dass ich da definitiv weniger Arbeit reinstecken werde, als in den Videos zur Ersten Liga, zu der ich auch viel mehr Bezug habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Kritik, Lob und sonstiges in die Kommentare.